Willkommen Leute, ich bin's Kira. Ich bin's El. Zu einem neuen Projekt. Dschungelbuch. Ich weiß nicht, wie wir auf diese Idee kommen konnten, sowas zu Let's Play. Was? Ich sehe gerade so einen schwarzen Play, das ist das. Fick dich. Ja, wir haben hier ganz viele Bananen und komisch haben wir so einen einen, die stört nicht. Warum war da kein... Krass die Affen hier. Da muss man vielleicht auch gar nicht, warum... Wer hat sich so einen Scheiß ausgedacht? Das sind aber noch schlimmere Spiele. Ja, das finde ich aber schon zu übel. Ja. Komm schon, gibst mir... Los, komm schon, gibst mir... Oh ja! Du kämpfst gegen die Affen. Du bist auch ein Affe. Einen Menschen-Affe. Oh ja, komm schon... Einen Menschen-Affen. Oh, ich bin tot. Da kommen die Affen dran. Ich wäre echt mega geil. Fußball ist schön. Ich muss sagen, ich hab dieses Spiel noch nie, also wirklich noch nie, durchgespielt. Ich weiß auch gar nicht, wie ich an so eine Scheiße komme. Und... Ja... Es sieht so aus, als wenn ich jetzt hier... Ja. Ja, ähm, sterb, sterb, Mann! Ah, die Affen sind gar nicht so fies aus, die sehen ein bisschen nett aus. Bisschen nett, das zeigt vielleicht nicht, uah. Ja, und dann können wir sowas machen, uah. Sowas einsam ist, und dann sowas nicht machen. Und dann gibt ihr den Sterben. So, ich bin nicht schlecht. Oh, ich mach die gerade scheiße. Oh, 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 oh. Was ist das denn? Okay, ich wurde hier gerade verarscht, aber ruhig. Wow, 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 stirb, stirb, stirb. Stirb, Kartoffel. Jetzt bleiben wir ernst, wer hat sich so einen Scheiß ausgedacht, ja? Die Macher. Ja, guck mal. Yeah. Was heißt das denn? Safe Day, das heißt, wenn wir sterben, dann starten wir da wieder. Oh, ich bin gestorben. Keine Ahnung. Unsichtbare Biene. Ich verstehe das. Ah, ah. Biene. Wow. Biene ist das schlechten Graf. Ey, kennt man die Biene oder die Fliegen oder die Surf. Gut. Biene im Herz. Eigentlich ist das Spiel das Beste. Ja, das Beste, was ich je gesehen habe. Oh mein Gott, das muss man echt gespielt haben. Das Beste, das ist echt gespielt. Das war besser als die Thorne. Ich muss echt sagen. Oh, die Spiel. Das macht richtig, boah. Das macht richtig geil, Leute. Ja, das macht... Oh, geil. Hier ist es wie irgendwie. Aber ich weiß auch nicht. Immer drauf springen. Ich merke diese Ironie, Leute. Yeah, ich hab's geschafft. Das Balu. Ich hab's geschafft. Balu. Heißt der Balu, oder? Ja. Ich hab's geschafft. Wir geben aber Monty noch einen anderen Namen. So heißt immer die Bären Balu. Die Captain Balu, der Film. Weil das alles die selben sind, Mann. Okay, ähm. Monty hat aber noch einen, der ist sehr genau. So kann der Dschungelbuch Balu nicht so fliegen. Der Captain Balu, der fliegen kann. Weißt du, der Film noch Captain Balu. Ja. So. Ja, und das hier ist auch. Aber warum sind die beiden gleich? Wenn der Frau nicht im Dschungel lebt, der ist nicht im Dschungel. Wow. Hat der Dschungel abgehauen? Ja. Ja, das ist das. Wow. Und irgendwie, also ich weiß auch nicht, ob er dieses jetzt vielleicht durchspielt. Wow. Ähm. Ja. Dieses Spiel ist echt, dass die Geisteskrankheit. Was macht der denn? Haut der dich oder? Nein, der hat mir irgendwas Schutz gegeben oder so. Boah, jetzt. Ich weiß auch nicht. Wir haben irgendwie unendlich keine Ahnung. Den Titel-Taggers. Und ihr habt ihr gesehen? Wir wurden nicht verletzt. Weiß ich gar nicht, wer das spielen will. Ja. Cool. Hm, das kommt auch noch genau. Ja, aber ich mein, die alten, die alten. Ja, aber... Oh nein. Ist klar. Ich kann mir das kaufen, ne? Wenn es fehlt. Echt? 4,190. Dann noch? Dann will ich irgendwann mal machen. Oh geil, ey. Die alten. 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 So Molten übermway ich den Tiger essas ländern kannst, die�. Dann was zu … Ich hab irgendwas Gefühl, das ich direkt Game Over gehe. Alter, fickt euch. Die Gegner sind voll stark hier. Ja, ne? Was werfen die da rum? spoiler眠 Wieso haben die keinen Bananen? Weil die das von mir alles kriegen Haha Guck mal, Bananen schiebt der, entschuldige, ich dachte, die lieben Bananen Die lieben doch Bananen Ne, die sind doch hart, ey Die Textfeier liebt auch Bananen Etwas lang So wie Hellosider Versau mir hier nicht die Jugend Okay Hellosider, etwas lang ist, du weißt ja, ne Alter Ja, da war Leben, aber da will ich jetzt nicht hin Ich will, oh mein Gott, ein Vogel Oh geil, oh ja, das sieht voll Das ist schwer Oh mein Gott Der Vogel sieht jetzt nicht Nein Ich fühl mich beschissen hier, Mann Oh Nein Also die Stellung da gerade ein bisschen Also ich muss nur sagen Oh nein Ja toll Ja toll Das bringt mir nichts Deine Mutter Ja super Soll ich mich verarschen? Was denn, ey? Ich sag euch, die spielen wir nicht durch Yeah, mach schon Komm, gib's ihnen, los, los, los Ja, irgendwann finden die Kinder Und dann sehen wir aus, wie ein halb Vogel, halb Mensch Ah, das ist ein dick Das ist ein dicker Das ist ein dicker hat, Mann Wow, ist klar Und zufällig fällt der Stein los Ja, zufällig fällt der Stein los Zufällig fällt der Stein los Klar Zufällig fällt der Stein los Ja Dieser Mokel erinnert wie an Tatsan Hier ist der Tatsanspieler voll cool Ja Der war so geil, ne? Ich fand den eigentlich nicht schlecht im Spiel Echt? Ich hab's auch mal gespielt Ich fand den nicht schlecht Er ist ein kleines Kind Dann schwimmst du rum, dann musst du über die Schwänze ziehen Von der anderen weiß noch wie Hört sich verwehrt an Ja, Schwänze ziehen und dann wirst du groß Und dann Da kommen die Arten Da kommen die Arten Mein Gott, dieses Display ist garantiert als verwehrs Du hast hier eh gedreht vermann Das sieht die Dinger aus in die Arbeiterschwänze Hallo, Alter Was machen? Ich weiß gar nicht wo du hin musst Ich weiß es aber auch nicht Hier was drauf Der ist toll, der spricht nicht so auf die Hure Mann Ich glaub ich brauch den Stein Ja, das könnte hinkommen Der Stein hab ich schon Ok, 6 Minuten hab ich schon den Scheiß gebläht Ok, das... Ey, Arsch Was sind das hier für Steine? Mann Irgendwie so komische Steine Ey, dieses Spiel ist total strange Ich weiß auch nicht Springen Ja, gibts ihn doch Alles auch geschafft Ja Yeah Oh, die volle Gangster Klar Geh weg Weißt du Hier ist das Placement als wenn ich das fülle Klar Mhm Wollah Scheiße, ist er zurück? Scheiße Ganz neu? Ja Leute Nein, wir machen das hier nur um euch zu erheitern Ich weiß auch nicht was wir uns dabei gedacht haben, aber Ja Du hast muss man ein Let's Play haben Das ist ja schlimmer als Barbie Ohne nicht Ja, und Tickspire dort auch mal Let's Nämme Ja, genau Tickspire, das wär auch mal Dungebu Wir wollen was zum Lachen haben Ja guck ich hier die wir Ich muss die sagen Ich weiß nicht, der will bestimmt auch was zu lachen von uns haben Ja stimmt Ja, geht immer besser Ich frag mich grad woher dir die ganzen Bananen aus deiner Hose Ich frag mich, wenn der die ganzen Bananen aus deiner Hose holt Nein, ganz so Futter das wollen wir hier nicht sein, ne? Ja ja Wir haben uns gucken ja auch Wir kriegen ihre Kinder an Ich weiß ja schon Ja und das Das ist nicht mein Problem Also mit Abstand hier Also Ich weiß auch nicht Ich glaub wir fangen vielleicht besser mit Harry Potter an Damit wir auf andere Gedanken kommen Ne, erstmal mal Fahrrad von uns, ne? Ne, war ich hoch schonmal Ja Uua, ich hab auch Yeah Jus Balu Balu Moki nennen wir's ab jetzt Jennifer, ja? Ja, Jennifer, wir sind Jennifer Weiß ich nicht Der Name ist mir grad nicht so durch den Kopf geschnitten Mir gefällt den Namen Text, weil der sieht auch so aus Was wird zur Ewigkeit gegeben? Haare Haare Bisschen so rötliche Haare Rötlich? Ja guck mal, wer läuft, guck mal genau rein Der ist so rot Der ist so, wer ist denn die? Drehnchen hat der Wow Guck mal, jetzt bleibt man stehen Bisschen rot denn? Stimmt, stimmt Bisschen rot denn? Bisschen roter Haare? Wie war das? Ja, der ist ein Teufel Aha Ah Ey, dein Kommentar im Text schreibt Ich muss die Dämonwelt wieder Achso, ja Meinte im Text vorher Ach nee, schon wieder, ja Ich lebe doch schon wieder Ja Dann meinte, du stirbst wieder Ja Ach Ist mein Standard dazu Meiner ist eh der Beste Meiner ist auch cool Ich kenn deinen Gehst du nicht meinen? Nö, ich gehe Ich komm so rein, Tür, hallo, guck mal Achso, doch Und dann, wenn ich gehe, fuhr es Ach scheiße, ich schau jetzt ab Wie machst du ab? Hörschuh genommen Ich spür jetzt wieder tot Not a one year Wie vielie machst du noch überhaupt? No, 4 Ah, das ist bunt Yeah Oh, ja Vor der Gangster, ne? Wie heißt denn dann? Schlangenkampf Bei der Gangster ne? Ja, wie heißt denn, die Falsche? Ich weiß nicht, aber Vor der Gangster Ja Ich weiß auch nicht Also ich schwör dir, sowas würde ich nie Abend um nur gut spielen, ne? Komm man noch zum Gedanf Wenn man Ja, komm man wenn man Alkohol trinkt? Ja, wenn man Alkohol trinkt, dann könnte das ja auch lustig sein aber irgendwie, wenn man das nicht spielt, kommen immer nur dumme Gedanken Ich weiß auch nicht, irgendwie Ja, das ist doch ein Leben, hör auf Also ich glaube echt, also ich würde, wenn ich da spielen würde würde ich auch dumme Gedanken kommen Das war mir auch Wow, nein! Wir wollten einen Let's Race machen Und wir wollten einen Let's Race machen Ja, wir wollten einen Let's Race machen Nein, wir wollten einen Let's Race machen Nein, wir wollten einen Let's Race machen Ich hab noch die anderen 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 Das Spiel Dieses Spiel ist so dumm, das ist schon wieder gut Es war aber nichts Pokémon XT Let's Play Ja, mit Gamecube Emulator und das ist schwer Ich hab einen gefunden, aber Guck mal eben wieviel Ja, aber die funktionieren die dumme Ding Guck mal wie lange sie schon gedreht haben Ach, stimmt Elf Minuten Und jetzt wird gewinnen, Vogel Deutschland lieber Ich glaube an dieser Stelle beende ich dieses krasse Video Oder dieses kranke Video Und ähm Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Ja, bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bei nächstes Jahr